Jo dann mal was geht und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Das Gameplay, was ihr gleich sehen werdet, ist aus dem letzten BO3-WW2-Stream gewesen. Sorry, falls die Audioqualität ein bisschen belastend ist, beziehungsweise die Qualität an sich. Aber ich fand das Gameplay geil und wollte es euch einfach zeigen. Ich habe es schon geschnitten und dies und das. Ich nehme jetzt noch die Begrüßung auf, dass ihr Bescheid wisst. Musik habe ich nicht angefügt, denn ich habe im Livestream Musik am Laufen gehabt. Also alles ganz gechillt, Leute. Ich habe zusammen mit dem Floh den Lutscher gespielt, könnt ihr auf jeden Fall gerne mal abchecken. Den Link zu seinem Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, Leute, das war es von mir, wenn euch das Gameplay gefallen hat oder irgendwie, was weiß ich, ihr wisst schon, was ich mache. Ich halte jetzt einfach mal meine Schnauze. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, kommentiert, was ihr wollt und bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Das wäre vielleicht mal gut zu wissen, Leute. Nein! Ja, moin, wir sind natürlich wieder alles schön geil im Front. Ihr wisst Bescheid, wie der Hase läuft. Ich komme mit dem... Ich kriege hinter dir wohl, glaube ich, jemand. Ja, hab ich, Digga. Oh, okay. Ui. Aua. Hä? Haltest du? Er hat sich hier weggeglitscht. Audio ist gut, hat er. Ich bin reingeschrieben, ein, bitte. Jo, alles klar, Bro. Dankeschön. Aber warte, hab ich überhaupt... Leute, es ist halt nichts zu streng zu mir. Also, bleibt man ganz gechillt, Leute. Oh, shit. Da kommt er jetzt noch, oder nicht? Nein. Wow. Da war noch jemand. Nein! Oh, Alter. Ich bin ja gar nicht hier am struggling. Nein! Nein, 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 nein. Alles kaputt, kaputt. Oh. Oh. Ich wollte den haben. Sorry. Au. Alter, Mann. Amish bin ich ja so richtig... ...am strugglen, Alter. Ich hab doch Konradroniker draus. Ich hab doch noch eine Chance. Lass mir doch noch eine Chance. Ja, moin. Oh, oh, Benni, darf jetzt meine Modsarbeit machen. Er hat geschrieben, du Penner. Ja, haut dann raus. Hoffentlich hab ich das jetzt nicht richtig gemacht. Ja. Alle nur neidisch. Ich guck das gar nicht. Ich weiß nicht, man, ich spiele auch nur aus Gaudi. Weil ich die Leute unterhalten will und so. Und dann kommt so ein, dann kommt so ein Lappen, Alter, daher. Und dann schreibt Penner. Also, der soll aber sein Maul halten, Alter. Er hat ja auch neulich schon geschrieben. Er ist... ...irgendwie besser als ich im Zocken und so ein Kack. Und... ...was weiß ich. Ach, Dicke, das lügt mich so weit von gar nicht, weiß ich mein. So. Geht's aber grad... Ah, du gehst aber auch grad gut ab. Ja, es geht. 4 steht für Hardsteam. Fuck. Leute, ich hab 20er Streak, Alter. Leute. Ja, Wort 41, 4, Alter. Ich würd's sagen, kann man mal machen, Alter. Ja, ich würd's sagen, kann man mal machen, Alter. Dicke, das weiß ich. SV stuffed mir. Geht's